Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe was Besseres. Das nehme ich, Leute. Das, das, das nehme ich einfach nur. Ja, also... Perfekt, das ist Claudio. Elli schlägt mich nicht, was es nicht schnimmt. Elli, nein. Das ist, das ist unsere ganze Crew. Hey, Leute, was geht? Katja hier bei SpieltmeAppsandGames. Und Leute, ich bin heute wieder alleine. Yay, ich bin alleine. Yay, yay. Und ich habe für euch was ganz Cooles vor. Heute, Leute, ähm, das Ding ist ja halt, ich habe so, äh, letztes Mal habe ich ja unsere Studios noch gebaut in Tokaboka. Und diesmal, ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass ihr richtig gerne mich sehen wollt, wie ich, ähm, die Crew noch erstelle in Tokaboka. Also, ich erstelle heute mal die ganze Crew. Also, das heißt Claudio, das heißt René, das heißt Tati, das heißt Donnie, das heißt Eva, das heißt Elli. Habe ich jemanden vergessen? Mich. Aber mich quasi habe ich schon als Tokaboka-Charakter. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Und zwar, Leute, ich habe hier jetzt gerade festgestellt, ich habe ein kostenloses Geschenk. Das werde ich gleich mal abholen, weil, wenn es kostenlos ist, dann möchte ich, möchte ich auf jeden Fall abholen. Abholen? Was ist abholen? Ich, äh, würde mich persönlich jetzt nochmal hier hinstellen. Das bin ich. In wenig, also, naja. Übrigens, das bin ich. Beklicken möchte ich. Oh, ich möchte hier ein Geschenk haben. Ich möchte hier ein Geschenk haben. Oh, das ist ein Vanitys, das beschenkt. Ich habe es doch eigentlich gekriegt. Oh, was ist das? Es ist ein Parfum. Oh. Wie cool ist das denn? Auch richtig schöne Farbe. Die Farbe, die Kati mag. Also, Leute, das heißt, das heißt, wir gehen so langsam neue Charaktere erstellen. Yay. Ich weiß nicht, mit mir will ich erst mal anfangen. Ich würde erst mal, ich glaube, mit René und Claudio anfangen, weil die meine Kollegen sind. Alles klar. Also, erst mal würde ich mal sagen, René oder Claudio? Ey, René. Ich mach mal René. Hautton ist, oh, der ist eigentlich relativ, ich glaube, mehr so pink. Der ist schon auf jeden Fall richtig hell. Ähm, die Haarfarbe? Blond. Ja. Ja, okay. Vielleicht nicht so krass blond. Sowas. Sowas ist in Ordnung. Sowas ist in Ordnung. Der hat mir so eine grünliche Richtung auf jeden Fall. Ja. Die Frage ist, ob ich seine Frisur hier finde. Finde ich hier seine Frisur? Sowas ähnliches, was er so trägt? Was trägt denn René so? Ich finde mir irgendwas zur Seite, ne? Ich finde sowas eigentlich in Ordnung. Das ist doch eigentlich mehr so... Ja, das ist doch... Das sieht doch nach René aus, oder? Ich finde schon. Hat ein bisschen so ein Bart. Aber der hat nicht so ein Bart, so drei Tage... Hat er das? Nein, der hat Bart. Das hier. Doch perfekt. Warum habe ich das sofort nicht gesehen? Das ist perfekt. Das ist einfach nur René. Welcher Ding hat er? Na ja, nee. Der ist schon eigentlich immer relativ fröhlich. Ich würde mich einfach nur mal so machen. Also sowas ist doch schön. Ja, genau. Er ist immer relativ positiv drauf. Das finde ich einfach nur sehr toll an René. Augenbrauen. Er hat so... Hm... So ein bisschen dickere Lange. Ja, sowas. Sowas würde ich einfach nur mal lassen. Was für ein Gesicht... Äh, Gesicht... Hä? Mund hat er. Das ist fröhlich. Die Nase würde ich auch so lassen, ehrlich gesagt. Nee. So eine Nase ist besser. Jetzt hat die Frage... Wie sieht der... Äh, was trägt er so? Boah, ich habe jetzt schon was für Donny. Das ist doch... Ich glaube, so total so typisch René. Oder? So ein weißer Shirt. Mit so... Typisch René eigentlich. Oder vielleicht ein Hoodie. Hoodie trägt er auch. Aber... Ich weiß jetzt nicht, wenn ich... Oh, wie. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe was Besseres. Genau. Das nehme ich, Leute. Das, das, das nehme ich einfach nur. Und das Ding ist, der trägt eigentlich nichts mehr anderes, ehrlich gesagt. Ich... Das... Das wär's dann. René haben wir geschafft. Guck mal. Das sieht doch nach René aus. Wunderschön, finde ich's. So, äh... Der Nächste kommt Claudio. Das ist... Der Claudio ist ein bisschen dunkler. Also so. Ich glaube, so von der Haut... Von dem Hautton her ist es ein bisschen dunkler. Ich würde die einfach nur so machen. Äh... Was für Haare hat Claudio? Er hat ein bisschen... Ja, noch mehr dunkle. Noch dunkle. Noch dunkle Haare. So fast schwarz. Ja, sowas ist doch in Ordnung. So, was passt doch schon. Die Frage ist jetzt, ob ich denn wirklich die Frisur finde, die auch Claudio hat. Sowas ist doch in Ordnung. Zu... Zwar zu viele Haare. Aber ich finde das in Ordnung. So, dann bräuchten wir auch ein Bart. Ist auch so richtig relativ dunkel bei ihm. Hat schon ein bisschen mehr, glaube ich, Bart als René. Aber nicht so krass wie... Nö. Also erst würde ich vielleicht sowas nehmen oder sowas. Nein. Dann würde ich erst mal das nehmen, was ich da hier genommen habe. Nein, nicht das. Was ist das? Wo ist das? Das hier. Es ist in Ordnung. Es ist nämlich nicht unbedingt das, was er hat. Aber ich glaube, ich mache die Augen. Weil er das Kämmer ist. Oder sowas. Ja. Genau das. Nein. Okay. Ja. Also... Perfekt. Das ist Claudio. Das ist Claudio. Guck mal. Diese Augen. Wir machen nur so... Hm. Das ist am besten. Das passt richtig gut. Die Nase passt auch richtig gut. Mag ich total. Oh. Und dann noch so mit diesen Augenbrauen. Dieser Blick mit diesen Augenbrauen, Leute. Einfach nur fantastisch. Ich finde es richtig gut. Okay. Mund müssen wir eh nicht... Irgendwie wirklich beachten. Weil man sieht das eh nicht. Oder? Ja. Sowas ist schön. Sowas ist besser. Das trägt aber Claudio so. Hm. Also man könnte ihn quasi so als ein Showmaster nehmen. Weil er eigentlich sehr oft irgendwie so ein Moderator ist. Und auf jeden Fall halt immer relativ oft die Sachen trägt. Also so ein Anzug. Aber so typisch ist glaube ich Claudio relativ da so... Also kuschelig unterwegs. Hat er so einen Kuschel, so einen braunen... Sowas. Sowas ist doch in Ordnung. Ich glaube sowas halt hat er ungefähr sowas an. Ja. Weil alles andere ist nicht unbedingt das, was wir brauchen. Nee. Ja, das ist doch Claudio. Also ich glaube alles andere trägt er auch nicht viel. Finde ich sehr super geworden. Sehr super. Als nächstes mache ich Donny. Donny ist auch relativ hell auf jeden Fall. Donnys Haare. So. So. Und warte mal. Ich hab da was. Ich hab da was. Ich hab da was Gutes. Ich hab da was Gutes, was für Donny passt. Das. Boah. Nein, okay. Oh nein, das ist zu fies. Das ist zu fies, Leute. Oh nein, das wollte ich nicht so fies haben. Das Ding ist, ich glaube, das ist total egal, was ich Donny gebe, weil der trägt ja eh meistens noch so einen Cap. Das hier. Das hier. Das nehme ich. Ich bin vielleicht fies, aber es ist mir auch egal. Das ist ein Desaster, Leute. Ja, ich nehme sowas. Aber Bart, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Donny hat schon so ein bisschen so, hat schon auf jeden Fall einen Bart. Ich vielleicht sowas im Geben. Genau. Und dann, oh ja, die Augenbrauen sind schön. Richtig schön, richtig wunderschön. Die Augen. So, was ist unser? Das ist so, hey Leute, was geht? Donny hier mit. Auf jeden Fall nehme ich einfach nur das hier mal für ihn, weil ich finde, das ist einfach nur das Beste. Und dann noch so ein Cap oder sowas. Nee, oder sowas. Sowas ist, glaube ich, am besten, oder? Boah, das sind so viele gute Caps, die er einfach nur Donny tragen könnte. Krass. Ich finde, glaube ich, aber das hier am besten. Ja. Und dann ist erstmal Donny. Ist erstmal Donny fertig. Wunderschön. So. Als nächstes kommt, also ich glaube, ich mache Ellie als nächstes. Oh. Ich glaube. Ich glaube, sowas ist in Ordnung. Ellie schlägt mich nicht, weil es nicht schnimmt. Ellie, nein. Okay, ich mache nur Spaß. Perfekt. Ich habe schon einfach nur die perfekte Frisur für Ellie gefunden. Das trinkt die sehr gerne. Ich würde auf jeden Fall noch was Rötliches da reinpacken. Sowas ist, glaube ich, in Ordnung. Das ist doch, das sieht doch nach Ellie aus, oder? So, richtig schön, richtig schön, richtig schöne Augenbrauen. Boah. Also, Ellie ist schon auf jeden Fall so. Ja, sowas. Sowas ist doch wunderschön. Sowas passt auf jeden Fall, Ellie. Vielleicht die Nase ein bisschen kleiner, ein bisschen dunkler oder so. Sowas ist in Ordnung. Ja, genau. Das passt doch. Hm, Mutamala hat Ellie jetzt auch nicht, aber ich würde ihr auf jeden Fall noch so kleiner, hier sowas geben. Sowas Cuties. Boah, ich freue mich einfach nur jetzt Ellie zu machen, weil irgendwie, irgendwie macht es Spaß. Es macht Spaß. Ellie-Tag trägt aber nicht unbedingt gerne irgendwelche Kleider. Ja, deswegen, ich suche jetzt einfach nur irgendwas in so hellen, hellenem Lila. 50.000 Jahre später. Ich glaube, sowas ist total in Ordnung. Ich glaube, sowas ist relativ passend. Vielleicht nicht ganz, aber relativ. Das müssen wir auch nochmal als Ellie nehmen. Ist richtig. Ich finde es, ich finde es richtig cool. Als nächstes kommt bei uns, ähm, ich mache mal, ich mache mal Eva. Eva ist auch relativ hell. Hat, boah, die Haarfarbe ist jetzt wirklich anstrengend. Ich weiß nicht, welche. Ja, ich würde die jetzt einfach nur mal so machen. Und jetzt einfach nur mal gucken, ob ich irgendwas ähnliches finde. Eva wird auf jeden Fall Locken. Ich glaube aber nicht, dass es so hier kurze Locken gibt. Sowas ist doch in Ordnung. Nur was finde ich. Das sieht doch, das sieht doch wie Eva. Ein bisschen. Ich finde es gut, Leute. Ich würde es auf jeden Fall auch so bleiben. So weit bleiben bleiben. Die Nase würde ich auch ein bisschen kleiner machen und vielleicht so ein bisschen heller. Ja, die Augenbrauen. Die Augenbrauen. Ach, sowas. Das sieht doch mehr nach Eva aus. Und dann vielleicht so. Eva ist auch immer so fröhlich dabei. Äh, vielleicht auch nur so ein bisschen so hier die Blush. Ja, so ist es doch schön. Oh, was trägt denn Eva so gerne? Also ich würde hier vielleicht auch bei den, bei den Links hier sein. Bei den Klamotten mit Kleidern. Hm, vielleicht finde ich da was, was so Eva gerne trägt. Ne, wenn ich gesagt auch nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Dann gucken wir mal hier hin. Also ehrlich gesagt, Leute, ich glaube, ich lasse es so. Aber ich finde so der Schal eigentlich so eine hübsche Eva-Style hat auf jeden Fall. Aber ich finde hier wirklich nichts mehr, was so wirklich nach Eva aussieht. Deswegen, ich gebe ihr einfach nur mal noch eine Brille. Sowas ist ganz schön. Sowas finde ich wirklich wunderschön. Und, ähm, vielleicht noch sowas. Sowas noch. Weil Eva trägt eigentlich sehr gerne irgendwelche Sachen auf den Kopf, die so schöne sind. Das ist mal die Eva. Finde ich eigentlich ganz gut. Und jetzt kommen wir zu Kati. Ich glaube wirklich nicht, dass wir ein Milch noch machen müssen. Weil ich bin schon dabei. Wir machen jetzt Kati. Und dafür bräuchte ich vielleicht so ein, so ein, so ein, so ein... Perfekt. Ich hab schon. Ich hab schon. So, das ist mal Kati mit einem Sohn der Nase. Warum ist die blau? Das ist meine Frage. Das ist meine Frage. Hm. Ich würde vielleicht die gleichen Augenbrauen geben wie Eva. Weil, ja, sieht schon doch in Ordnung aus. Hm. Und gebe ich hier für den Mund vielleicht so ein. Ja, ist doch schön. Ich mache mal auch so ein Blush, Blush, Blush. So ein ganz leichter Blush. Und jetzt wieder ein bisschen anstrengend mit der Kleidung. Es ist, ich weiß nicht warum, aber die Kleidung mit Zuckerbuch ist halt ein bisschen anders. Aber, oh, sowas ist doch in Ordnung. Sowas finde ich hier richtig gut. Boah, das war schnell. Das ist auch meine Kati. Ich glaube, ich hab mittlerweile alle. Ich hab mal René. Ich hab Claudia. Ich hab Donnie. Ich hab Elli. Ich hab Eva. Und ich hab Kati. Und ich hab auch mich. Felix hab ich noch nicht. Felix. Felix hat mittlerweile immer noch so blaue Haare. Auf jeden Fall würde ich ihm auch blaue Haare weitergeben. Warte, der hat ihn immer so quasi so zurück, so nach hinten gepusht. Weiß jetzt nicht, ob ich das genau finde. Sowas ist doch auch ganz gut. Ja, der trägt auf jeden Fall auch so einen Zopf. Vielleicht sowas. Sowas würde ich auf jeden Fall nehmen. Ja, voll, das ist gut. Jawohl, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Er hat ein bisschen noch Bart. Bart ist bei ihm schon relativ so dunkel und blond. Ist relativ immer fröhlich drauf. Macht ihn ja auch so. Die Nase macht ihn wie diese mal. Sehr schön. Augenbrauen auch ein bisschen dunkler. Aber so blond, dunkel, glaube ich eher. Sowas, sowas ist in Ordnung. Augenbrauen auch rot. Und vielleicht so einen Mund. So, und die Frage ist so. Ich würde das hier auch so zu Felix passen. Das würde ich auch. Das würde auch zu Felix passen. Vielleicht ein Hoodie. Vielleicht ein Hoodie oder sowas vielleicht auch. Das ist doch perfekt. Ich finde es perfekt. Das sieht nach Felix aus. Ich würde mal sagen, Leute. Das Ding ist, ich weiß nicht wirklich, ob Tucker Burke meine Sachen mal löscht. Aber es kann sein, dass meine Studios, die ich mal gebaut habe, gelöscht sind. Weil die, ich weiß nicht warum Tucker Burke das macht. Aber sehr oft werden die einfach nur gelöscht. Einfach so. Without a reason. Ich habe längst. Also, ich gucke jetzt mal, ob die alle heile sind. Und wenn nicht, dann ist es auch egal. Dann packen wir einfach nur unsere Charakteren. Wir gucken noch zusammen, wie die alle zusammen aussehen. Leute, wir können es auch hier machen. Aber ich möchte trotzdem sehen, ob meine Studios halt noch da sind. Oh, ich hoffe einfach nur, dass sie da sind. Dass die Studios da sind. Sind die Studios da? Oder vielleicht nur ein Studio wenigstens. Nur die Cloud vielleicht. Ähm. Nein, Leute. Es wurde alles gelöscht. Oh nein. Warum passiert das? Aber auf jeden Fall gibt es noch hier einen Tisch und einen Stuhl von Renes Studio. Aber es ist auch in Ordnung. Es ist nicht schlimm. Wir werden hier, ich werde hier auf jeden Fall meine Charaktere immer hinstellen. Das ist einmal Kathi, das ist einmal Elli, das ist einmal Claudio. Das bin einmal ich. Ich würde mich auf jeden Fall so hier hinstellen. That's me. Das ist einmal Eva. Das ist einmal Donnie. Das ist einmal René. Und das ist einmal Felix. Das ist, das ist unsere ganze Crew. Also einmal Felix, Kathi, Elli, Claudio, ich, Eva, Donnie und René. Also ich finde, ich habe mich eigentlich ganz gut geschlagen. Also ich glaube, man kann eigentlich die alle erkennen. Also finde ich relativ gut gemacht. Ich weiß, ich glaube, Claudio ist ein Baby. Ich habe den nicht erwachsen gemacht. Ist er auch. Ist er auch, Leute. Also, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da. Einen Daumen nach oben auch. Sehr gerne. Ihr könnt sehr gerne noch vorschlagen, was ich auch noch was machen kann. Also vielleicht noch jemanden aus der Crew machen. Oder vielleicht, 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 ja, noch weitere Studios aufbauen. Ich glaube, ich habe noch mein Studio, Donnie Studio und Claudio Studio noch nicht gemacht. Na, Leute? Also, falls ihr noch Bock drauf habt, dann gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.